Stefans neuer Liebhaber nach der Trennung von zwei langfristigen Beziehungen. Wir haben gerade mit einer extrem neuen Nachricht über den Auftritt von Stefans neuem Liebhaber vor den Medien und sozialen Netzwerken aktualisiert. Wie ihr alle wisst, haben wir uns wie Stefanie Härte und Stefan nach der Liebe gesiehnt. In der Zeit, als die beiden noch eine allseits bewundernswerte Familie waren. Nicht nur die beiden, sondern auch eine Tochter, die sehr gehorsam und verständnisvoll ist. Und die Familie war herzlich und glücklich, bis Stefanie Härte und Stefan den Unterhaltungsmedien mitteilen, dass beide geschieden sind. Überraschung macht Menschen unfähig, auf Informationen zu reagieren, die im Gegensatz zu dem stehen, was die Menschen denken. Die Geschichte ist voller Bedauern für diejenigen, die sich um Stefanie Härte und Stefan sorgen. Denn die beiden haben auch eine kleine Tochter aus Angst, dass sie es nicht akzeptieren können. Nach einer Weile gaben Stefanie Härte und Stefan beide eine neue Liebe für sich bekannt. Stefanie Härte ist mit dem österreichischen Musiker Leopold Lenilane verheiratet. Zusammen mit ihrer Tochter Johanna haben die drei bis heute eine glückliche neue Familie gegründet. Was Stefan betrifft, so gab er bekannt, dass seine neue geliebte Anna Garena ist, eine berühmte Tänzerin und auch eine talentierte Sängerin. Intime Fotos und romantische Ausflüge wurden von Stefan und Anna Garena auf ihren eigenen sozialen Networking-Sites gepostet. Dies ermöglicht es, Personen zu bestätigen, dass die Informationen eine gewisse Genauigkeit haben. Stefan und Anna Garena haben viel Spaß, aber die Anfangsphase ist für Künstler immer schwierig. Beide müssen von beiden Seiten der angreiften Fans gemischter Kritik einstecken. Aber was passiert ist, wird's passieren. Stefan und Anna Garena wurden von alt akzeptiert und bewundert. Glück war denen vorbehalten, die freundlich waren. Vielleicht wird noch lange nicht alles klappen. Stefan und Anna Garena haben wieder einmal eine schöne Liebe vor den ausstrebenden Medien abgebrochen. Stefan und Anna Garena haben sich so getrennt, was die Leute wieder bereuen lässt. Lange Zeit später waren sie auf ihrem Karriereweg erfolgreich. Aber vor kurzem sahen wir, wie Stefan mit einem Mädchen intim wurde und sie zusammen in ein Auto stiegen. Die verschwommenen Einladungsbilder sind nicht klar, sodass wir nicht wissen können, wer das Mädchen ist. Könnte es Stefans neuer Liebhaber sein? Beim Anblick dieser Fotos kamen viele Fragen auf. Was wird also die Antwort sein? Folgen Sie uns, um mit den neuesten Nachrichten über Stefan auf dem Laufenden zu bleiben. Dasydende Musik you � here das 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 Du 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 du